So, ich, äh, ne? Kannst du kommen. Achso, ja, ich komm auch. So, wenn ich das überleben, heißt es? Ja, ich hab mich wohl nicht geschafft. Aua! Noch eineinhalb Herzen wieder, sodass ich regeneriert habe. Ein Herz, scheiße, aua. Jetzt muss ich es schaffen. Das ist für mich glatt. Das sieht... Kalender! Oh, ich bin am Kalender-Abkommen, ich hab's auch nur noch geschafft. Ja. Was ich glaub, Alter. So, nach oben. Mit einem halben Herz. Nice. Dann los. Ah, schon. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich deine Sache wiederholen kann. Ich hab eigentlich nur, echt, wenn ich dein Jackpack bennehm, soll ich die Idiot. Muss man hier so, weil dann kann ich selbst mitfliegen, weil in der Top-Lats. Hat noch vielleicht, oder? Stimmt. Wobei, dann geb ich's dir einfach. Oder so, ja. Mein Jackpack. Ja, ja. Ja, ja. Brauch ich mal nicht, dass ich dann nicht sterbe. Das wäre... Weißt du, wo ich gestorben bin? Noch. Weil... Also, was hast du gesagt? Nirgends mit der Kiste. Du wirst grad sagen. Äh... Aber alles gut. Er fahrt zur Kreuzung im Wald. Äh, roten Wald. Ja, wo dieses Zeug ist. Gesteuern-Formation. Das fahrst du schon. Okay. Weiter. Da ist schon wieder. Nee, das ist weg, nix. Älger. Da waren Schnecken dabei. Gute Schnecken. Vielleicht hab ich auf etwa zwei gelben Punkten noch. Vielleicht auf ne gelbe und drei oder vier rote, wenn ich irgendwie so mich hätte. So, ja. Ich meine, rechts. Jetzt bin ich los. Das sind zwei gelben Punkten. Ja, genau. Keine Ahnung. Also, du wirst auch nicht mit der Regen-Best-Brunken. Das meinst ich gerade. Nicht, dass das Buggy ist. Ich fängst das doch irgendwo an Schnecken. Hm. Weiß ich... Weil ich... Weil ich... Weil ich... Ich hab mich noch nicht eingedrungen setze, sondern kann ich mich orientieren. Also, jetzt hätte ich keine Ahnung, wo auf dem Gestell da oben drauf. Hm. So, stopp ein bisschen. Schon mal langsam. Ja. Da ist ja hier irgendwo... Klaus. Aber ich bin mir noch unsicher, wo. Wo wird die Abschlussstelle? Kannst du auch scaten? Ja. Dann... Achso. Äh... Ja, ich steig raus. Äh... Wah! Ich hab mich voll... Ich muss... Ich hab mal langsam zurück. Geben. Ich bin abgeschossen. Ich bin abgeschossen. Ah! Ich hab's ja... Mit Gas geben. Ja? Ja, komm ich hoch. Am besten. Ja, ich hab halt nur ein Herz und die schießen um mich. Ah! Schau, ob ich in der Sterbentechnik gekommen bin. Äh... Äh... Ist gut? Schau. Äh... Ah, egal. Ah. Okay. Äh... Weil ich geb's ja ein bisschen hier unten. Ja. Ganz super. Äh... So. Hast du auch was zum Regenerieren? Hast du den Schreckkapplierer da oben? Äh... Kann ich auch mitgeben. Aber das ist jetzt zum Beispiel... Aber ich stehe gar nicht ewig, wenn ich jetzt sterben würde, oder oben. Oh, ja. Noch einmal. Ah, ich hab grüne Schnecken gefunden, okay. Wollt schon. Willst du das noch? Ja. Aber ich hab dich befinde ich noch gleich. Oh, auf jeden Fall sterbe. Meine Frage wäre gut gewesen. Hast du noch Schnecken für mich, damit ich schon mal welche herstellen kann? Ja. Danke. Ja. Das ist, äh... Sehr klug, danke. Das ist zwei. Keine Ahnung, wo das war. Sieg erstmal hoch auf den Berg drauf, dann probier ich mal. Wie gesagt, kannst du ja nach... Äh... Abschlussstellen suchen. Ja, ich hab da schon gefunden, die Abschlussstellen, tatsächlich. Nein. Der war doch. Und da aus, weil ich ja easy, warum ich bin eigentlich. Ich muss vielleicht auch keine Kiste sehen. Oh, ich hab grad ein bisschen. Schnecke gefunden, aber da ist keine Kiste. Oh, bitte nicht, Alter. Das ist... Jeder ist ein Buggy. Ob ich spotte jetzt, wenn ich nicht rankomme. Aber ich hab's nur kein Symbol da. Aber das war doch schon mal so. Was hat man denn damals gemacht gehabt? Weg abgenommen, keine Ahnung. Könnte durchaus sein. Das Ding ist, ich hatte einiges an Schnecken dabei. Also, das wissen wir nicht. Ich hatte ja drei rote Schnecke schon gehabt. Gibt es als die vierte gewesen sein. Könnte mal gucken, wie lang das... Ah, fuck, da ist ein roter, da ist ein Viech, der hat noch geschießt. Ja, geht, wird tatsächlich getötet. Ähm... What the fuck? Andyco? Ja? Äh, ich bin wieder tot. Aber das Krasse ist... Ich war ja... Ich hatte... Sechs, fünf oder sechs Leben gehabt. Ja? Ja, one hit, tot. What? Ja. Okay, dann müssen wir ein Wake-up nehmen. Und hier übrigens... Also, ich bin ja Ursprung, hier waren nirgends von der Kiste von mir. Nirgends. Aber jetzt steck hier unten, wo ich gestorben bin. Also, nehme ich jetzt ein Back-up, ja? Ich sag, jetzt ist übrigens auch eine Kiste gespawnt, aber vorhin... ...hatt ich ja gar keine Todeszene. Weißt du, vorhin war er einfach... Ich war zwar ergeblich tot, aber irgendwie auch nicht. You know? Ah, das hat einer jetzt aber. Jetzt hab ich... Ja, jetzt, weil ich jetzt ja auch eine Todeszene hatte und neu spawnen konnte. Ja, ja, klar. Vorher hatte ich keine. Also, lade ich ja? Ja, musst du ja. Es ist ein Vielverlust, wenn alles weg ist. Aber von wann ist denn das Back-up? Von vor einer halben Stunde fast. Also, aber das hofft ihr auch immer schon ein paar Dinge eingesammelt. Wofür. Das ist ärgerlich, einem. Ich glaube, er hat leider immer noch nicht Back-frei. Das werden wir machen. Immer noch alle Exes. Auch wenn sich das noch mehr anfühlt. Wie ein fertiges Spiel, eher. Ja. Bin ich auch. Ach, Mann, ey. Es muss auch buggy sein, dass der einen 5 oder 6 Herzen abzieht. Mit einem Schuss, Alter. Weil das so ein dickes, fettes Viech mit diesen roten Kugeln, der da oben ballert und dann rumballert, weißt du? Das Batorinleben wächst schade mit einem Herz. Never. Das kann auch nicht. Die haben doch auch dagegen gekämpft, dass uns auch mehr zu getroffen haben, wenn man nicht tot. Also, sorry, aber irgendwie keinen Sinn. Wäre ich so ein Hochgehalt gehabt. Ich mach mal kurz Licht an. Hallo. Hallo. Ich bin gerade am streamen. Wo was ist denn vor? Ah. Bin Satisfactory. Cool. Cool. Dann kann ich nicht produktiv beitragen. Nee, nicht wirklich. Wir haben gerade einen Back-up-Laden. Hi. Weil, ähm, ja. Wax aufgetreten sind. Ja, dann gucke ich mir das mal an und störe nicht weiter. Ajo. Ja. Viel Spaß noch. Jo, ne. Ciao. Hm. Aha. Okay. Wir gehen aber auch nie in unser Streamingestand, oder? Ja. Oh, okay. Wir sind noch im roten... Wart. Das ist der erste Ding, ja. Ja, okay. Aber es... Aber es... Aber es... Aber es... Aber es ist... Aber es ist... So, äh, wo ist denn die nächste Zugstrecke? Ah, das ist unser Zug. Ich gehe direkt zum Zug. Ach, das war das... Und wir... Ich habe gar keine Schnecken mehr. Erst, äh... Ja, klar, weil das war das, wo wir noch, ähm, die erste roten Schnecke gesucht haben. Alter, ich habe keine von meinen ganzen Schnecken nicht gefunden habe. Drin. Ja. Gehen wir doch schnell, alter, holy shit. Keine einzige Schnecke. Alter. Ach, unmöglich, ja, ja. Okay, Maxi. Ach. Ach. Ja, geil. Wo waren jetzt die ganzen geilen Schnecken? Tja. Keine Ahnung, wo ich lange geflogen bin. Wo vielleicht wenn du mir durch die Gegend gerannt hast, stecken habe ich gefunden. Das ist mega Lack. Da kannst du halt da gerne nochmal suchen. Ich fahre nur kurz zu zweit fest und hole nochmal... Ja, ich bin mir nicht zu sterben. Das wäre gut, ja. Weil die eine ist hier drin, die kennen das schon. Ja, geil. Ich kann ja nur wenn du mir durch die Gegend laufen und gucken. Also, ich würde nie nehmen, wie das so viel finden. Also erstmal zumindest nicht. Hm. Oh, Spinner und Schnecke. Beides nicht. Schneck. Oh, nee. Ah, jetzt. Fucking spinnt. Sehr gut. Der ganze Wald ist verseucht. Ich glaube, dass ich jetzt gerade einen Blick habe. Ich glaube, nichts. Nee. Und dann an und an. Alter, jetzt. Hör auf. Bleib ein bisschen im Zug. Ich glaube doch. Gehe ich dann mal vielleicht mal da drauf auf die richtige Stelle oder nicht? Nee, guck mal, bitte. Bitte? Gehe ich gleich dann mal hin, wo ich gestorben bin, um die dich zu holen oder lieber nicht? Nee, ich würde es auf jeden Fall nicht tun. Ich würde es definitiv nicht tun. Vielleicht hast du Schnecke? Bei unserem Röding? Bei unserem Röding? Ach, bei unserem Röding? Bei unserem Röding? Bei unserem Röding? Bei unserem Röding bin ich dann. Oder habe ich es gerade falsch gesehen? Ah, ich war okay, beim Sprengen ist das okay. Ach, ganz ehrlich. Ach, ganz ehrlich. Hast du einer? Also, falls du Jetpack-Fuel brauchst, ich habe 2447. Könnte reichen, vorher erst. Oh ja, brauche ich, aber ich muss nicht bei dir. Problematisch gerade. Also, offen. Warum ist jeder offen? Ich glaube, das ist lieber Moran. Okay. Jungen Strahle. Oh, da ist ein Schiff. Aber ich weiß, vielleicht ist es bei einem Spuren. Nein, die hole ich mir mal hier. Die sieht machbar aus. Ja, die auch. Ich warte, warum die einfach auch mal da rumlag, wenn die für ein Gegner oder irgendwas war. Aber habe ich gerne genommen. Okay, die Steine sind ja nicht gut trainiert hier. Die fliegen nur unten. Oh, die gehen rum. Aua. Auf mich schaden zu machen. Warum hast du schon nicht? Oh Gott. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist ja... Belastend hier. Also, wo die Schnecke... Glemm ist, da ist eine etwas größere Viech und ganz viel Gas. Das ist immer super. Ich habe hier eine Schnecke bei Steinen gefunden, wo die Steine nicht komplett animiert, also nicht ganz texturiert sind und wo man auch durchfallen kann. Das ist ja praktisch. Das Problem ist, mein Anzug, mein Anzug ist nicht gegen Gas, oder? Nein, ich bin ja dumm. Nein, das ist immer noch nicht. Weiter. Shit. Ich bin doch auch zum Schlag reinrennen, oder nicht? Ich bin unsicher. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Schlepp doch nur. Nee, lieber nicht. Warte, die ist die... Oh, da ist noch einer. Hä? Aufbruch. Oh, eine Falle. Oh, mein Gott. Brauchst du hier. Brauchst du hier. Das Wasser ist ungesund. Wasser sind wirklich zu viele. Da will ich nicht rein. Aber ich will eine Schnecke haben. Und keine Ahnung wie. Ich will das bauen. Was cool ist, also dadurch, dass ich hier so eine Schnelle gefunden habe, die noch komisch aussieht, die wird safe, also relativ bald dann wahrscheinlich überarbeitet. Ja. Wir haben aber nur früh gemacht. Ich habe gerade eine andere Schnecke gefunden, auch gut, ey. Oh nein, ich wollte eigentlich fliegen lassen. Da ist eine Schnecke, aber... Ja, das ist, glaube ich, eine große da gewesen. Verdammt. Äh, soll ich da packen, wo ich eben gepackt habe, oder? Äh, wir wollen das. Also wie weit soll ich fahren? Ja, ich mache ruhig. Hier eben auch wollen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss mich konzentrieren, ob ich wieder zurückkomme. Aber hier ist gleich ganz viel Gas, wenn ich mich nicht pahle und ein Spinner. Du musst nur bedenken, du hast wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel Treibstoff. 23, ich habe Gas. Oh mein Gott. Wieso holen so ein Spinner, Alter? Sprich mir ins Gesicht rein. Nice. Ja, Gas. Warte, ich lege dir da oben, ganz, also da oben auf dem Berg, wo ich geparkt hatte, ne? Lege ich dir Fuel hin, ja? Ja, ja. Äh, nice, dann später. Ja, ja. Dann spiel ich noch ab, Alter. Dann kann ich halt in der Zeit weiterfahren. Auf so einer Stelle, wo ich Schnecken holen möchte. Alter, hier ist so wie so Efeu und da ist so eine Höhle, da ist so ein geheimen Berg, also die Schnecke hat es verraten, wenn es scheint. Was? Ich habe noch nicht gesehen, dass es sowas geht. Und hier habe ich gerade richtig schlagvolle, schon. Und mehr ist noch eben wohl gar. Das ist gut. Nein. Und hier ist noch ein anderes. Ich habe noch mal was. Nein. Och Gott, nicht da hin. Ich habe die Polizei nicht gedacht. Ja, ja. Dann vielleicht noch ganz kurz durch Uran durch. 3 Uran. So. So, wie die Schnecke ist. Scheiße. Auf. Ah, eben eine gewinne. Das ist gut. 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 Ja, da liegen stecken. Wo ist die? Wie war das? Tausend Prozent. Ja. Da ist das. Was hat euch jetzt nicht mehr? Nein, also. Also. Okay. Auch mal rein springen in den Tod. Was? Alter. Das ist ja wirklich rein. Da sind halt drei Bienenbester, ne? Und nur ein Gegner. Aber die spawnen ja erst nicht. Reinspringer? Ach, gern. Wenn die Bären nicht nehmen, müssen sie so witzig sein. Ja, cool. Also ich sag mal so, ich kann den Zug halt nicht anhalten. Wow. Hm. Das ist toll, dass der wird dann gleich beladen. Weil ich, ja, hab logischweise eine Station ausgewählt, wo der jetzt hinrast. Cool, können wir das später aufräumen. Äh, ne gut, der wird beladen. Äh, okay, er fährt komplett ab und durch die Hauptwähls durch. Mit Vollspeed? What? Äh, der Zug? Du musst das so langsam anhalten. Na, also... Äh... Ich hab' keiner, was mit dem Zug los ist. Ich würde gerne sagen, was du krieg, aber... Stopp. Vier Herzen. Die Herzen kann ganz schnell rennen. Ich weiß, Alter. Das war... Drei Bienen schnell, ne? Aber Matze, kannst du mal bitte oben auf die... dahin gehen, wo ich dir die... den Brennstoff hingelegt habe in den... Dienst. Weil ich würd gern mal den Zug langsam stoppen. Ich... kann halt nix machen. Ich wär' jetzt... Aber... Ich möchte nicht, dass er halt irgendwo hinfährt und dann auslädt. Bei der Zeit kann ich wahrscheinlich nicht auf den anderen Sitz wechseln und... Wieso fallen wir zu Öl? What? Wann ist auch nicht schwimmen unbedingt? Äh, in die Kohle ist das nicht Öl. Quatsch. Äh... Ich hab's getan! Fickt euch Bienen! Ihr könnt mich alle aber... Aaaaah! Ech... Rell! So, noch nicht schnell rennt. Wie schnell das ist. Ich kann nicht fliegen, wo ich will. Ich gehe nicht kämpfen. Komm her! Schreckt fies! Trau dich doch! Prost! Nice! Schafft! Äh... Äh... Übrigens, äh... Gute Tipp von Maxi... Äh... Art geht zum Anhalten, ist Alter 4. Ja... Ja... Nee... Ich kann eigentlich gar nichts zu dir von Nico... Ja, ist gut. Er hat angehalten, beziehungsweise... Ich fahr jetzt rückwärts automatisch. Also, pass erst automatisch. Ich... Ich bin halt aufgenommen... Aufgenommen... Äh... Weiter. Scheiße, ey. Äh... So... Rück... Jetzt hier rüber und... Ich bin... Den hier. Jetzt darf ich anhalten! Meine Güte! Das geht auch heute! Ah! Ah! Hier ist Gras nicht gut raus hier! Ah! Meine Güte! Ah! So eine Schnäge! Blau! Ist am Rand! Ich könnte es probieren! Ich spinne! Ich probiere das nicht! Ich bin lebensmüder! Wie du stirbst! War das schlimm? Ja... Ich könnte es probieren! Aber nein! Wenn ich eine gelbe Schnecke tue ich nicht überleben riskieren! Eine rote maybe! Aber ich bin immer schon gelbe! Hier sind halt so 3-Tier-Spinnen! Oder... Wo kriegen wir... Hm... Da wächst gerade noch eine Schnecke! Die könnte ich mal probieren! Schuss! Weil ich die schon gerne haben würde da drüben! Und das ist halt ins Gas dran und ich hab auch drauf! Ja... Lauf! Überraschelt das in den Wald! Bei mich machen die Geräusche und alles auch immer Kirre! Ich... Kann das nicht! Oder ist Cola? Ja, die greift mir doch gerade an schon wieder! Ah! Nein! Nein! Ihr bin es! Ich kenne doch diesen Ort! Bin ich gesch... Ne, bin ich nicht geschaut! Oh! Hier sind auch ohne Ende rote Schnecken! Ah! Oh! Ich mach eben wieder gleich wieder abgeschossen! Bin da froh! Äh... Oh! Hallo Gegner! Ja gut, dass du dich jetzt schon mal ankündigst! Da ist Gas! Aber ist das auch da oben drüber? Eigentlich kann man nicht! Das ist das Maß! Den normalen Weg da hoch! So! Ich glaube, was wir dazu ein... Direkt zu unserer Hauptwerte! Ich glaube, wir haben... Der Hauptwerte wird sogar wesentlich näher! Wo ich dann rauskomme! Mhm! Oh mein Gott! Ja, stimmt! Da war ja! Das ist mein Jetpack Fuel! Das wird nicht reichen! Ah! Das ist ja belastend! Für die Schnecke braucht wahrscheinlich zwei oder drei Jetpack Fuel! Ich hab noch vier! Alter! Martian! Es geht doch einfach dahin, wo ich die hingelegt hab! Der Jünger! Er müsste mal über die ganze Web laufen! Jetzt nicht! Ich muss nicht die Schnecke haben! Ich muss nicht die runter! Ich muss nicht die runter! Ich muss nicht die runter! Scheiße! Ui! Da ist hier irgendwo was! Ich fürchte nein! Wenn ich hier bauen! Kann ich hier bauen! Ey! Wenn ich rauskomme, kann ich einfach das hier hinpläsen! Hoffentlich! Laman! Hoffentlich! Ich muss nicht verarschen! Ich fang das an zu rutschen! Ich fang das an zu rutschen! Ich fang das an zu rutschen! Ah! Ich fang das an zu rutschen! Ich fang das an zu rutschen! Ich fang das an zu rutschen! Der Geizu! Ähm! Ich fang das an zu rutschen! Ich bin jetzt auch an den Top of the world! Da gibt's einen Kleider! Gibt's ja! Was? Aber ich weiß nicht! Scheiße! Das.. Ich habe mir das früher überlegen sollen! Du fragst mich auch an Jephexu die ich in seiner Tasche habe! Äh! Also... Kannst du mich abholen? Alter! Aber ich kann nicht wirklich... Ich weiß nicht! klar hoppisch das funktioniert wenn ich das hier oben da kann ich nicht kurz zu schrecklich glaube ich wir noch okay das dann reicht da da kannst du aber das ist ja dann weißt du nicht warum ich denn komme wenn ich jetzt da lang gehe, wo ist denn die Zugstrecke jetzt drin? wait ja musst du da durch den Wald rennen? lass Gas Gott rein ich hab den Scheiß gerade gerettet ey soll ein gespringt Gegner sein hoffe ich ja hier sind zwei nein ich hab ein bisschen zu gierig gibts zu ja was? oh jeff ich fühle dich im Wald rennen sterben alter sterben ich hör doch schon wieder da unten oh nein naja durch die Hölle wachst du ne gut ich hoffe du bist in Richtung ungefähr bei der Hauptbase und wenn ich sterbe hoffentlich dass ich meine Kiste spawnt ne ich hab zwei gelbe Schnecken und vier rote mittlerweile und die fünfte rote quasi ich hole meine Jetpack Lever ja fast leistig aber das ist nur ein Preis das ist sehr belastend ist ich werde jetzt einfach in die Richtung rennen komplett scout 3 2 1 äh sterben let's go renn wo sind die fucking Schienen? da unten wo ist da hinten? keine Ahnung uran 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 ist ok ich hab mich klar oh fuck dich mit der Spinnkontor definitiv nicht klar ahaha ich hab keinen Jetpack an denk dran denk dran ich bin hier schneller als ich oder? das ist oh fuck dich doch warum ist das schneller als ich? in so einem schlechten Film ist das gerade hier schaffst du schon ich spreng er den Tod oh man gibt's nicht die Worte das war kein Jetpack das war kein Jetpack ich hab's direkt völlig ausgenutzt ich hoffe nicht immer noch nice ich bin noch hinter mir her ah hoff nicht das ist mir noch leicht aber klar habe ich grad die Sprung überlebt habe so äh hätten es noch nicht die Schienen kommen ja aber mein Kopf ich sehe sie von unten tiefer Abgrund Schnecken ok man hinten zwei Schnecken kannst du hierher kommen Nico da mit der Schiene äh und mich abholen jein weil ich habe noch einen Jetpack also quasi null Jetpack Fuel aber ich kann noch einmal ein Stückchen fliegen aber ich komme wahrscheinlich nicht da rüber oh okay ich muss mich rüber bauen ich muss mich einfach rüber warte bist du bei mir stopp hier oben hier hier zurück da oben bist du oh lol ich habe noch eine Ladung warte so quasi leer hi na ich habe noch eine Hälfte hi also ob du jetzt zufälligerweise hier bist what the fuck also gut ich gebe dir nur 70 ich habe dir aber da oben ich schieß ihn gebt ja das war dann hier sind übrigens zwei Schlecken bei dir ne nur Anmerkungen äh okay das kann gut sein ich weiß nicht wo warte mal äh jetzt bist du wieder aufsteck das ist ein Schlecken irgendwo ah ja stimmt einer ist hier unten drin einer ist hier hinten irgendwo kann ich grad kurz gucken gehen ich hab jetzt den ich hab jetzt den ich hab jetzt den ich geh mal nach oben wo ist denn ja da hinten gesehen habe ja hm darüber vielleicht brauche ich nicht mehr perfekt so au ich hätte rausstehen können what hä oh lol ich habe das Gras da nicht gesehen ja ok ja ich war schon so hä wieso bekomme ich denn durch den Schaden ich hab ein komplettes Herz verdonnen der Zeit in einer ganz kurzen über mir? wie ist das über mir? ähm gut ich gehe mal in die Richtung ich komme in die nicht dran schade ja gut aber so langsam reicht es eigentlich auch ja aber ich wollte es eh lange aufhören ja ich bin schon aufgefahren nochmal zurück auf was nicht zu gierig werden warte ich heute schon lange äh es viel zu gier bevor ich dich stecke nicht eingelebt dann habe ich ja immer da habe ich jetzt hoffen so viel das nicht ja ich mhm oh da unten ist noch einer ja kommen die da unten nehme ich mir noch mit könntest du vielleicht hm ich wollte nicht nur so ziehen ja einfach so ein Zug da oder so ja einfach irgendwie so hoch komm mal ne ich kann ja noch nicht mal ansagen wo der ist das ist selber nicht mehr so exakt aber rechts von dir aber kann ich ja mal gucken ich wollte gerade sagen ich höre doch irgendwie auf welche Gegner das ist jetzt äh problematisch komm hau mal runter ich kann ja nichts anderes machen da geht's nicht das krass ding so ähm hier irgendwo soll noch was sein da ist einer auf jeden fall aber mit dir weiß ich hm ja ich probier's mal ich renn grad hinten auf also ok alles gut ich bin sowieso da ist unten oder ja unten ja ich bin auch ich bin eh runter gesprungen oder ja bin ich auch da jetzt mal halt ich bin unter dir direkt noch da unten auf ok äh vorsicht da unten ist ein Gegner wenn du unter dir bist bin ich und das krieg ich noch wenn dann schreit gleich guck mal nicht nach da weil da war irgendwo einer ah da da komm ich her da bin ich schon vorbeigerannt hab ich irgendwie nicht gesehen ach da bist du da bist du guck mal da ich weiß ich weiß ich weiß ich bin dir vorbeigelaufen ne weißt du nicht ich bin jetzt in Richtung Zug eigentlich da ist noch einer die nehme ich mir ne ne ko da komm ich ja mit Sicherheit drüber ist auch einer lol wenn ich schon drauf beilaufe dann nehme ich auch noch mit oh fuck wie ist grad dies geworden der hast uns einmal schon mal genommen da wo zwei Gegner sind zwei kleinere also zwei Nester, ja. Die Nester. Was denn für ein Nester? Das ist unfair, wenn das laggt. Okay, ich geh jetzt weiter. Da kann ich eigentlich gar nicht kämpfen, aber da hat unfair gekämpft. Unter den Mitteln. Sagt der, der ein Schwert hat. Ja. Kann ich nicht schlagen. Und keine KI ist, ja. Ja, aber das hat gelaggt. Ja, ich komme kommen. Ja, egal. Jetzt auf die Schienen drauf. Schaffe ich das? Nee, ich bin hier ganz hinten gegangen und dann vielleicht da hochfliegen. Ja, ich bin schon jetzt nicht weit oben. Das Problem, ich komme trotzdem nicht direkt auf die Schienen, aber von hier aus vielleicht. Oh geil, hier ist ein so fettes Viech. Da kann ich doch endlich da drauf liegen, dann bin ich hoch bei uns hinlassen, hoffe ich. Ja, aber dann weiß ich auch nicht, ob man so gespielt. Ja, gerade so weit. Ja, gerade so weit. Ich bin auch gut. Okay. Cool. Perfekt, für ein Ende. So, der Zug war wo? Äh, hier bei mir sozusagen. Okay. Hier steht so mit einer. Ja, dann ist es ja. Mhm. So, ich habe jetzt eine lila, ne gelb, äh zwei gelbe und silo. Wo ist denn das Jetpack, wie du eigentlich? Ja, das ist wirklich. Oben auf dem Berg, wo würde ich rüber fahren? Kurz vor dem Buran. Ah, okay. So. Ich mache schon mal einen Zug ein. Mhm. Dann fahren wir gerade noch zu zweit, oder? Ja, dann war ich schon kurz in den Spot an unterwegs und dann... Okay. Könntest du? Okay. Das sind die Kommuniten. Wenn du... Das musst du machen. Ja, du musst Gas geben. Perfekt. Das war doch erfolgreich. Ja. Naja, ja. Also... Ich glaube, wir haben 40 Schnecken oder so gesammelt. 40? Was hast du denn denn auf? Warte, wie viel? Das ist so ein paar, äh, violette. Ja, und es sind gerade 40 Schnecken. Achso, ne, okay. Sorry. Energiefragmente. Aha. Ja, dann okay. Ja. Scheint. Ich hab so viele Schnecken gefunden, dass ich verarsche. Ich hab nicht so viele. Na gut, ich hab 10 exakt Schnecken. Richtig, 7 oder so wahrscheinlich. Aber für der Verwalt da waren vier rote. Mhm. Aber ich würd sagen, dann fahren wir zum Uran-Ding, weil dann können wir die Vasex noch doll übertakten. Ja. Hat echt von der Sprott, ne? Ja, ja. Ich hab schon den Protokoll jetzt entdeaktiviert. Damit wir jetzt entdeaktivieren können. Gleich fahren. So, der ist... Da vorne. Ist jetzt schon. Ja. Ich nehm' ja einen Teil mit, ne? Ich... Nein. Ich nehm' ja noch den kleineren. Ja. So. 39. Warte, wo geht's? Dann, ja, warte. Catarium. Da wollen wir dann hin. Zum Vertakten. Ja, ja. Und dann will ich da drauf sein. Mhm. Okay. Da gibt's doch auch kleine Spinnen, meine ich, oder? Er hat noch neuliche gesehen, ja. Weil ich find' ich das Gebiet hier recht schön. Weil mit Spinnen ist das so ne Sache. Von hier. Und, also, was hat der Erfolg grad, find' ich, das ist total. Ultraschein und Spinnen. Und unternehmen. Es gibt ja drei Größen wahrscheinlich, oder? Ja. Die ganz Kleinen. Schon recht groß. Und eine hüsige, meine ich. Aber ich bin nicht sicher. Aber ich hab gefühlt nur hüsige grad heute gehabt. Okay. Ich schätze mal, sonst ist das drei gut. Da habe ich keinen Orananzugand. Also schon, schon. So. Ich weiß nicht, ich schätze. Nee. So. Müsste ich grad auch geben. Gut. Äh, okay. Was machen? Ja. Zwei Stück davon. Und vier Stück davon. Ja. Das war's. Okay. Ich muss noch keine Normaler hier damit schauen. Ich dachte eigentlich, aber... Ja, okay. Ich will mal grad so ein Stopp gucken. Ich kann natürlich nirgendwo hier bauen. Äh, wie viel wir jetzt haben an den Fragmenten. Machen sie das, machen sie das. Mal raus. Oh Gott, das kann dauern. Ja. Mal raus. Es sind exakt 40 tatsächlich. Ah, ah. Okay. Na, cool. Dann haben wir das. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und müsst ihr einen weiteren Stream für der Version of Space. Tschau.